Hallo meine Freundinnen und Freunde in der anonymen Unterhaltung und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Video, welches ich am gleichen Abend noch aufnehme, wie der Tears of the Kingdom Trailer gedroppt wurde. Und zwar dachte ich mir, so als langjähriger Zelda-Fan würde ich dann auch mal einen genaueren Blick auf diesen Trailer werfen. In meiner Live-Reaction kam ich da nicht dazu, weil ich kurz darauf fast noch ausgemacht hatte mit jemandem. Und ja, deswegen mache ich das jetzt hier im Nachhinein mal und das lasse ich euch mal, dann lasse ich euch mal dran teilhaben. Gut, was sehen meine Zelda-affinen Augen hier? Hier haben wir einen komischen Typen. Das könnte jetzt entweder ein Bockblinn von vorne sein. Man sieht hier die Augen eindeutig. Jetzt ist die Frage, ist das hier der Mund? Wenn das hier der Mund ist, es könnte natürlich auch, das hier könnten auch Wimpern sein, Stilisierte. Und dann das da drunter, weiß ich nicht. Es ist schwierig zu sagen, das hier könnte auch die Nase sein. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Mein erster Gedanke war, als ich das hier gesehen habe, diese runden Augen mit diesen Zacken drunter. Mein erster Gedanke war Majora's Mask. Aber ich wüsste nicht, wie das hier mit reinspielen sollte, weil Majora's Mask eigentlich in sich ziemlich abgeschlossen ist. Interessant finde ich hier diese zwei Tropfen auch. Das sind in irgendeiner Art, könnte man es natürlich als Tränen interpretieren. Da werde ich dann auch später nochmal drauf kommen, da ist mir noch was aufgefallen. Und ebenfalls interessant finde ich diese Zacken hier. Die tauchen auch einige Male auf. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Und sehen, was hier noch so kommt. An der Stelle wusste ich bei meiner originalen Reaktion gar nicht, ob es überhaupt ein Zelda-Trailer ist gerade. Aber ja, es ist einer. Ab hier war es mir dann langsam klar. Das sind Moblins. Was sie hier in der Hand haben, es sieht aus wie so eine doppelte Sense. Hier sehen wir ein paar Bockblins. Ziemlich eindeutig, die auch irgendeine Art Schwert in der Hand halten. Und hier haben wir wieder dieses Spiral-Muster. Jetzt, wo ich gerade Spirale sage, das erinnert mich an diesen allerersten Trailer, wo man diese vermutliche Ganondorf-Mumie gesehen hat. Aber ich denke nicht, dass die miteinander zu tun haben. Spiralen sind so generell, die kommen häufig irgendwo vor. Da würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren wollen. Hier haben wir Soldaten. Auch da drüben, da scheinen Soldaten zu sein. Interessant an diesem hier ist, dass er in diesem roten Zeug steht. Das ist vermutlich dieser Schlamm des Hasses. Diese Malice, wie er im Englischen immer genannt wird. Und hier haben wir schon einen toten Soldaten. Was, ehrlich gesagt, ziemlich brutal ist für einen Zelda. Hier erstmal einen toten Soldaten mittendrin zu zeigen. Da oben haben wir ein paar weitere, die in diesem Hassschlamm stehen. Also es handelt sich hier eindeutig um eine Schlacht. Too long didn't listen. Es ist eine Schlacht. Die irgendwie von diesem bösen Hassschlammscheiben mitgepowert wurde. Wir haben im ersten Trailer die Ratte gesehen, die von diesem Zeug vereinnahmt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie gerade auch was ähnliches im Gange ist. Vielleicht soll es aber auch einfach nur eine Symbolik sein dafür, dass Ganon auf dieser Seite ist. Mal sehen. Die Musik ist sehr Zelda-untypisch. Sehr ruhig. Sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, ja, es taucht kein bekanntes Motiv auf. Es sind, die Instrumente sind auch nicht so typisch. Gut, was sehen wir hier? Wir sehen Kommas. Nein, ich denke nicht, dass es Kommas sind. Meine persönliche Vermutung ist, und das war übrigens der Grund, warum ich dieses Video mache, dass das hier die Tears sind. Das hier sind die Tropfen. Und die Tropfen sind nicht nur irgendwelche Tropfen. Also ihr erinnert euch an den, ähm, das war der zweite Trailer, wo diese eine Tropfen umgekehrt aus der Schale wieder rausfliegt. Also sich formt und nach oben fliegt. Ich denke, das ist eine dieser, oder das sind diese Tropfen hier. Ja, man sieht ja jetzt, sie sind hier, sie liegen in so einer Art Schale. Das könnte eine Draufperspektive sein. Und diese Tropfen liegen in einer Art Schale. Interessanterweise bilden sie auch wieder eine Spirale. Aber da würde ich, wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren. Mir geht's hauptsächlich um diese, um diese spitz zulaufende Form, die sie insgesamt haben. Also, ich denke, das hier sind die Tears of the Kingdom, die den Namen geben. Gut, hier haben wir irgendeine Säule an der Seite. Das sieht mir nach Sonau-Architektur aus, oder wie man es im Englischen besser kennt, Sonai. Sonai, ja. Außerdem hier Schriftzeichen. Das könnte sein, dass die Fans entziffern, dechiffrieren. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwas aussagen, weil das sieht mir ziemlich symmetrisch aus. Ha. Gut, gehen wir weiter. Wir sehen hier in der Mitte außerdem wieder das Vieh, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Was auch immer es ist. Jetzt, wo ich es hier so zentral sehe und drumherum die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tropfen des Königreichs. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Tears of the Kingdom sind, die Dinger. Eventuell ist das hier unser neuer Antagonist. Ja, hier hat er auch so einen Tropfen, die zwei Tropfen, deswegen habe ich die vorhin erwähnt. Er scheint irgendwas damit zu tun zu haben. Gleichzeitig könnte das natürlich auch so ein bisschen das Sheikah-Symbol sein, dieses Sheikah-Auge. Aus dem Sheikah-Auge kommt ja auch immer so ein Tropfen raus. Es weint immer, das Sheikah-Auge. Wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht hängen die Tears of the Kingdom irgendwie mit den Sheikah zusammen. Hm. Nun, wir haben hier drumherum Wolken, offensichtlich. Ich denke, das brauche ich nicht wirklich erwähnen. Die Frage ist, wenn das hier unser neuer Antagonist ist, was wurde dann aus der Ganondorf-Mumie? Wie hängt die damit zusammen? Okay, was ist das? So eine ähnliche Pose. Ich glaube, in so einer ähnlichen Pose lag Ganondorf auf dem Podest. Aber das ist ganz klar nicht Ganondorf, denke ich. Mein erster Gedanke ist, dass es eine Gerudo ist. Dann wiederum, wir haben im zweiten Trailer Zelda fallen sehen. Vielleicht soll das auch die fallende Zelda sein. Dann wäre die Frage, warum ist sie hier in Stein gemeißelt? Die fallende Zelda ist die Gegenwart. Wer ist so dumm und macht daraus schon direkt eine Steintafel? Steintafeln werden normalerweise erst im Nachhinein angefertigt, wenn die Geschichte schon vorbei ist. Hm. Dieser Schminke an den Augen. Oder sollen es einfach nur Wimpern sein? Sehr mysteriös. Ich sehe halt auch nirgends irgendein Symbol, obwohl das auf irgendeine, ja, Nationalität innerhalb von Zelda hindeutet. Es könnte eine Gerudo sein. Es könnte Zelda sein. Es könnte auch irgendwer sein. Also daraus werde ich erstmal nicht schlau. Das hier habe ich im Trailer vermutet, dass Zelda ist, wegen den spitzen Ohren. Spitze Ohren sind typisch für Hylianer. Ähm, das, denke ich, ist keine Gerudo. Zwar hat sie hier einen Kopfschmuck, ja, aber ich denke nicht, dass es eine Gerudo. Das hier ist eine hylianische Dame, aber... Wer das ist? Meine Vermutung ist nach wie vor Zelda. Außerdem haben wir wieder so eine Säule hier an der Seite. Und da oben, oh, das sehe ich jetzt erst. Oben sind zwei so Tropfen. In einer Schale. Zwei Tropfen in einer Schale. Huh. Sehr interessant. Gut, hier haben wir... Ehrlich gesagt, lasst mich das nochmal kurz zurückspulen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier Kreise. Okay, das ist jetzt nicht so besonders. Wir sehen hier diese zwei Drachenköpfe, die dann später auch im Logo auftauchen werden. Wir sehen Link. Er hat den gleichen Schild wie im letzten Trailer. Er hat auch das hylianische Gewand, das Reckengewand. Und das könnte eine Hylia-Hose sein. Und was wir gleich sehen werden ist, seine Bewegungsgeschwindigkeit wurde deutlich erhöht. Er bewegt sich deutlich schneller voran. Also, ich bilde mir einen Breath of the Wild, war das Rennen nicht so schnell. Gut, wir sehen hier wieder einen Schrein. Das ist jetzt erstmal... Ja, nichts allzu ungewöhnliches. Es ist eine neue Gegend im Himmel. Ach, übrigens, Moment, ich muss nochmal kurz zurückspulen. Zu diesen sieben Tropfen. Die lassen mich vermuten, dass es sieben Dungeons in dem Spiel geben wird. Ich gehe stark davon aus, dass sie Dungeons wieder machen werden, endlich. Und das hier sind... Meiner Meinung nach ist es ein Zeichen dafür, dass es sieben Dungeons werden. Mindestens. Vielleicht kommt dann wieder irgendein Plottwist. Man kennt das ja aus vergangenen Zelda. Spiel drei Dungeons, Plottwist, spiel nochmal ein paar. Vielleicht machen sie so sieben Dungeons, Plottwist und dann irgendwas anderes. Das muss ja nicht immer das gleiche sein. Aber es sind nur Vermutungen. Gut, hier sehen wir Link von vorne. Wir sehen... Seine rechte Hand... Gut, jetzt sieht man es mit der Videoleiste hier nicht. Seine rechte Hand ist normal. Seine linke ist definitiv corrupted irgendwie. Da ist diese grüne Hand dran und sie scheint gerade irgendwie inaktiv zu sein. Gut, außerdem hat er dieses Cilia-Gewand, dieses Cilia-Kopftuch um. Aber, ich weiß leider gerade den genauen Namen, nicht von dem Ausrüstungsstück. Aber er hat es als Schal um. Er hat es nicht so als Hoodie, sondern als Schal. Es könnte eine neue kosmetische Sache sein. Ja, der Umgebung nach zu urteilen, ist er wohl irgendwo im Himmel? Ja, gut. Captain Obvious am Werk. Aber was mir da gerade aufgefallen ist, was nicht ganz so obvious ist... Man sieht es leider nicht richtig, aber... Was ist das hier unten? Was sind das für grüne, antike Schriftrollen, die er da bei sich trägt? Das ist dort, wo in Breath of the Wild Link sein Chica-Slate hatte. Sein Chica-Stein. Ich frage mich, was es mit diesen Dingern da unten auf sich hat. Sind die unsere neue Fähigkeit? Ist das so eine Art Mana-Vorrat, den wir da bei uns tragen? Hm... Es sieht sehr komisch aus und es wird sicherlich eine große Rodderspiele in diesem Spiel. Weil es genau die gleiche Farbe hat wie die Hand, wenn sie aktiv ist. Es hat irgendwas mit der Hand zu tun. Irgendwie die Energie für diese Hand oder so, würde ich vermuten. Es hat außerdem die gleiche Farbe wie die Tropfen. Die in umgekehrter Richtung fallen. Gut, was sehen wir hier? Eine ganz hohe Insel in der Luft. Andere Insel und so ein Turm, der ausschaut wie so ein japanischer Tempel. Das könnte ein Dungeon sein, aber ehrlich gesagt, ich würde da gar nicht zu viel reininterpretieren. Das könnte auch einfach irgendein normales Ding sein, was wir in so einer Wolkenwelt finden werden. Gut, was man hier sieht ist, Link kann während des Vereins verschiedene Positionen annehmen. Das war aus Patenten bereits bekannt. Er kann hier skydiven und dann kann er hier so seine Arm ausstrecken. Das war eine bewusste Änderung. Das wird man als Spieler steuern können, wenn man dem Patenten trauen darf. Und was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass er hier so einen Luftwiderstand quasi gezeigt bekommt. Oder dass man den hier sieht. Also man, ich denke mal, es deutet darauf hin, dass man die Maximalgeschwindigkeit im Fallen erreicht hat. Und dann sieht man das sowas. Eine andere Sache, die mir gerade auffällt, kann ich hier ansatzweise ahnen, wo wir sind. Und, nee, oder? Das, ich sehe hier so einen Pilz, das könnte Tabanta sein, aber ehrlich gesagt, nee, kann man glaube ich nicht erkennen. Also wenn dann, ja, dieser hohe Berg hier, das Tal, vielleicht ist da Kakariko. Aber hier sehe ich einen See. Oh, warte mal, hier sehe ich einen Fluss. Da ist ein Fluss, da ist ein See. Ich weiß, dass das komplett irrelevant ist, aber mich interessiert es gerade, wo das sein könnte. Gut, das heißt natürlich, ich gehe davon aus, dass die Gegend sich nicht zu stark verändert hat. Oh, weiter unten, wenn die Leiste weg ist, sieht man auch noch ein bisschen mehr. Aber ich erkenne es zugegeben nicht sicher wieder. Also wenn ihr es, wenn ihr mehr erkennt, dann könnt ihr mich gerne wissen lassen. Okay, oh, 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 ganz viele interessante Dinge. Ich weiß, dass wir uns hier in Farron befinden, in Firona. Hier haben wir eine Höhle. Wir haben sie im ersten Trailer in der Höhle gesehen, Zelda und Link. Das heißt, das hier könnte einer dieser Höhleneingänge sein. Hier sehen wir gerade in irgendeiner Form diese zeitrückgängig Umkehrfähigkeit im Gange. Genau hier. Ja, die Frage, die sich mir da stellt, ist, man hat es ja gesehen im zweiten Trailer, dass Link so eine Stachelkugel, die in Bergen runtergerollt ist, zurückgeschickt hat in der Zeit und dann ist sie wieder hochgerollt. Das hier muss folglich also runtergefallen sein, aber wann? Und vor allem, warum ist es genau hierhin geflogen? Wir sehen es hier sogar runterfallen, aber wie kommt das? Und welchen Sinn hat es, dass Link sich daran jetzt klammert? Und abgesehen davon übrigens, seht ihr diese zackigen Spiralen? Ja, schon wieder. Er klammert sich hieran fest und ja, die Palen deutet... Ich könnte sogar schwören, ich würde den Ort finden in Breath of the Wild. Irgendwo im Dschungel von Figuron oder im Südosten der Karte. Oh, was mir da gerade noch auffällt. Vögel. Nein, Moment. Das ist kein Vogel. Das ist... Das sieht aus wie ein Flederbeißer. Aber irgendwie ist es dafür zu groß. Und warum fliegt es tagsüber? Die fliegen normalerweise nur nachts in Zelda Breath of the Wild. Sehr merkwürdig. Gut, hier hängen wir an einem Ast an irgendeiner Insel. Das ist eine, ehrlich gesagt, ziemlich unglückliche Lage. Wir haben... Oh, 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 oh. Ich sehe mehrere Dinge. Eine neue Axt. Die kennt man so noch nicht. Link hat dieses offene Haar. Er hat dieses... Ich nenne es immer griechisches Gewand. Ich habe auch keine Ahnung warum. Es erinnert mich irgendwie an... Es gab so ein Spiel von Ubisoft. Phoenix Rising oder so. Irgendwie erinnert mich der Look ein bisschen daran. Generell, diese ganzen Wolkenwelt erinnert mich ein bisschen daran. Aber ehrlich gesagt, dieser Stelle hier erinnert mich viel mehr. Und ich weiß nicht warum, an den Atamod aus Minecraft. Obwohl es den noch jemand kennt. Der ist... Oh Gott. Wann war das? Irgendwann zuschossen. 13 oder 14, wenn ich jetzt tippen müsste. Gut, was sehen wir hier? Wir sehen einen sehr aktiven Todesberg. Aus den merkwürdige Fäden rausschießen. Das ist... Okay. Das sieht mir nicht aus nach einer normalen Eruption. Wir sehen außerdem hier unten ein Schloss Hyrule, welches sich in die Luft bewegt hat. Das haben wir bereits im allerersten Teaser gesehen, im First Look. Aber wir sehen jetzt die ganze Magma da drunter und das sieht echt verheerend aus. Wir sehen außerdem so komische, eckige Bausteine hier oben nach unten ragen. Wir sehen da hinten ganz in der Ferne eine riesige Insel in der Luft. Ah, das hier könnten Wolken sein. Es könnten aber auch keine Wolken sein. Das hier ist definitiv eine Insel. Hier sehen wir noch ein paar Inseln. Also ich denke, es ist klar, dieses Spiel wird deutlich dreidimensionaler als Breath of the Wild. So, jetzt ist... Oh. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein Shika-Turm, aber es kann keiner sein. Und es sieht aus wie ein Turm, würde ich eigentlich sagen. Nicht unbedingt wie ein Shika-Turm. Die andere Frage ist, wo zum Geier sind wir hier? Wo zum Geier sind wir hier? Ah, stimmt, der Gleiter, die ich sehe, ne? Ah, wir sind über Tabanta. Aber wo schauen wir dann da hin? Todesberg, ja. Schloss Hyrule. Tabanta. Oh. Ich sehe da erst nochmal so ein Drache. So ein grüner. Da hinten. Auf... Ah, wo ist das? Das ist die Todbringerschlucht. Dann gehe jetzt hier über diese eine Brücke. Aber seit wann ist da so ein fetter Krater? Müsste da nicht eigentlich... Ah, ne, ne. Hier ist Hyrule Stadt. Da, man sieht die Straßen. Ja, aber was war hier? Der Schlossgraben? Ist der da schon? Irgendwie wirkt das... Oh, irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich den Eindruck. Gut, dieses Tal war schon in Breath of the Wild hier. Ähm... Dieser Zacken wirkt mir auch ein bisschen komisch, aber... Gut, so genau kenne ich das Spiel jetzt dann halt auch nicht. Ja, und da sehen wir diesen anderen Drachen, der... Ich meine, dort ist, wo... Im Breath of the Wild... Lass mich überlegen. Moment, Moment. Ist das da, wo die Steinsäulen waren, die antiken? Ne, ne? Die Steinsäulen wären weiter hier unten. Da, wo man diese eine Erinnerung hatte, wo Zelda so angry war und Link angemault hat. Ach, schau mal. Das Rätsel für einen Schrein ist immer noch da mit den Blitzzeichen. Äh, das könnte dann da sein. Ich glaube, da war einfach nur ein Ivarok auf dem Berg. Ich meine, da war nichts Besonderes. Ja, was es mit diesem Ding hier auf sich hat, weiß ich nicht. Mir fällt spontan nur eine Sache dazu ein. Und zwar... Es erinnert mich an das Concept Art, das sie hatten für Breath of the Wild. Dass es irgendwie eine UFO-Invasion gar gibt in dem Spiel. Und halt, was habe ich da unten gerade gesehen, wenn die Leiste wieder weg geht? Ziemlich genau hier. Warten wir kurz. Genau dort. Was ist das? Da ist doch eine grüne Spirale. Wie man sie im ersten Trailer gesehen hat. Hm. Da wäre normalerweise ein Stall an der Stelle. Also, der wäre hier. Ich glaube, der ist da auch noch. Da sieht man auch noch den Pilz. Er sieht noch ein bisschen komisch aus von hier oben. Aber der müsste da noch sein. Die Brücke war auch schon im Breath of the Wild da. Ja, und hier sieht man dann natürlich diese zwei Drachen. Oder Schlangen? Hm. Also, es scheint wirklich um Sonai zu gehen. So wie es sich die Fans gewünscht haben. Hier finde ich interessant. Man hat ja in dem einen Announcement, dass das Spiel verschoben wird. Dieses irre zerstörte Master Schwert gesehen. Was ich an dem Artwork für das oder an dem Logo hier interessant finde, ist, dass dieses zerstörte Schwert scheinbar mit drinnen ist. Und dann genau dort aufhört, wo das Z kommt und durch so eine Art Laserschwert ersetzt wird. Vom Design her erinnert es mich an die Hand, die Link da hat, an diese grüne Leuchten da. Also, irgendwie scheint diese Hand das Master Schwert wieder zu vervollständigen oder zu verlängern. Also, bekommen wir das Master Schwert zurück und es wird dann so ein halbes Laserschwert werden? Das wäre schon wild. Das wäre schon krass. Ja, und der Titel-Reveal, die Animation finde ich sehr interessant, weil man sieht diese Wellen-Effekte. Es ist wie so ein Tropfen, der da reinplatscht und dann daraus wird das Logo. Ähnlich wie bei Breath of the Wild, als der Wind war so ein Hauch, so ein Atem, der das Breath of the Wild geschrieben hat. Titel, ja, geht klar. Aber, ehrlich gesagt, hätte ich Tears of the Wild irgendwie besser gefunden. Ich weiß jetzt nicht, warum man sich nicht dafür entschieden hat. Es war sicherlich zur Auswahl gestanden. Warum sie jetzt ausgerechnet Kingdom nehmen mussten? Ich weiß nicht, Tears of the Wild und Breath of the Wild hätten halt die gleiche Anzahl an Silben. Ginge meiner Meinung nach leichter von den Lippen, aber ich denke, ich werde mich auch in Tears of the Kingdom gewöhnen. Oder wie ich es wahrscheinlich noch häufig nennen werde, TOTK. Was, ja, für Suchmaschinen lustig wird. Ich habe schon mal gegoogelt, Zelda TOTK. Direkt nachdem es angekündigt wurde und es kamen sofort irgendwelche Creepy Parts, dass das Zelda TOT ist. Also da werden Suchmaschinen sich noch ein bisschen umgewöhnen müssen, denke ich. Und hier sehen wir wieder im Hintergrund diese zwei Tropfen in der Schale. Und es gehen so Strahlen aus von diesen Dingern. Warte, diese Strahlen, die erinnern mich an diese Schale, wo Link das Master Schwert, das Zerstörter, reinhielt. In der einen Announcement, dass das Spiel verschoben wurde. Ja gut, und dann kommt noch Release Date. Hier haben wir nochmal das Logo in ganz isoliert. Sehr interessant für alle, die es Photoshoppen wollen. Und außerdem das Release Date. Was jetzt natürlich nicht der 5. Dezember ist, sondern der 12. Mai. Ich bin auch immer wieder verwirrt von der amerikanischen Schreibweise. Ich habe hier nämlich die amerikanische Version des Trailers. Eigentlich dumm. Es kam ja kein einziges Wort vor, aber egal. Dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Außer, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass es nicht der 3.3.23 ist. Weil das wäre halt genau 6 Jahre nach Breath of the Wild. Aber ist egal. Es macht wirklich keinen Unterschied für mich. Es ist ein Freitag übrigens, habe ich schon nachgeschaut. Und ich habe im Vorfeld gemeint, Frühling wäre meiner Ansicht nach zwischen März und Mai. Ich lag scheinbar richtig. Mai. Ebenfalls interessant, wenn ich es so anschaue, finde ich, dass die 2 nicht immer gleich ausschaut. Und der Punkt auch nicht. Also das hier ist keine vorgefertigte Font. Und an alle, die sich dafür interessieren. Ja, ansonsten die gleiche Font wie in Breath of the Wild. Nur halt ein bisschen zerstörter jetzt für diese Ziffern. Gut, das war es mit dem Trailer. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Sorry, dass ich so viel geredet habe. Aber mir ist auch ein bisschen was aufgefallen. Ehrlich gesagt, was mir vorher noch nicht so aufgefallen ist beim ersten Gucken. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich werde das Spiel nach bestem Können am Release Day versuchen zu let's playen. Und direkt den ersten Part hochzuladen. Und wenn ihr das sehen wollt, abonnieren. Ansonsten, bis dahin werde ich noch Zelda 1, der Second Quest, let's playen. Und ich denke mal, bis dahin schaffe ich es auch problemlos, Zelda 2 noch zu let's playen. Da mache ich mir jetzt, das hat mich sehr erleichtert, das Datum. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass ich das nicht schaffe. Ja. Wenn ihr das sehen wollt, nicht verpassen. Abonnieren, like da lassen. Ich kann diese komischen YouTuber-Sprüche nicht. Anyway, Zelda 1 ist wirklich sehenswert. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hier auch sehenswert. Also wirklich das Let's Play. Die Folgen, die euch da demnächst erwarten, die sind, die könnten ziemlich entertaining werden. Äh, ja. Wir sehen uns in anderen Videos wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut raus. Haut rein. Es ist schon spät. Es ist gerade Viertel nach zehn. Äh, ja. Haut rein. Euer Anonymemus.